Konstantin hat einen Wahnsinnsabschlag gemacht und wird uns zeigen, wie man eine Pitch-Marke nicht weg macht. Das ist falsch. Könntest du bitte die Kamera halten? Danke, dass du es falsch gemacht hast. Das haben wir ja abgesprochen. Darf ich bitte einen Gabel hast? Aber dass du einen Gabel hast dabei, da kriegst du einen Bonuspunkt. Aber das Loch war da. So was viele tun ist, was du getan hast, die stecken die Gabel richtig rein, diagonal, und dann heben sie das Loch hoch. Nur das Problem ist, das Loch ist immer noch da. Was du stattdessen machen solltest, ist hier wieder so rein, diagonal, aber dann zum Loch hinschieben. Von alle Richtungen. Und jetzt darf ich einen Pater haben. Vielen Dank, Tanja. Und jetzt ist es wirklich sofort weg. Aber ich muss trotzdem dir sehr viel Lob geben, weil hier liegt dein Ball und dein Ball ist nur drei Meter von der Fahne. Loch Nummer 17, Quinta da Ria. Danke. Ja.